Was geht Leute? Mein Name ist Lotte, Danny Ja, es geht Willkommen back zu einem neuen Eure Kommentare vorlesen Endlich ist mal wieder soweit Ich habe mir irgendwelche YouTube-Kommentare rausgesucht Und die werden wir vorlesen Und ich werde sie beantworten By the way, ich war gestern, wie ich schon im Happy Beach Video gesagt habe Wahrscheinlich, oder sagen werde Sehr heiser und sehr fertig, weil ich auf der Party war Und ähm Deswegen, falls meine Stimme abkackt Bitte tutet mich nicht, bitte bezeichnet mich nicht als unbredeiser Mensch Denn ich verspreche euch allen Ich bin wirklich badass, könnt ihr mir glauben Beim Schauen des Videos muss ich die ganze Zeit an Paranormal Activity denken Also das ist vollkommen okay, solange der Film badass ist Muss sechs Seiten von meinem Geschichtsbuch abschreiben Hashtag Kacke Man, wie oft habe ich euch gesagt Hört, hört mir zu, okay Ihr dürft eure badassigkeit nicht in der Schule zu sehr zeigen Die Leser können sie nicht handeln Und dann müsst ihr sowas tun Ich habe euch das schon so oft gesagt, aber ihr macht es immer wieder Ich bin nicht so badass wie du Du bist der badassste Ja, das sagt sie auch mal zu mir, wenn sie bei mir ist Danny ist einfach der beste YouTuber und der badassste Ich kriege immer gute Laune, wenn ich seine Videos gucke Weiter so Dazu bin ich hier, um gute Laune zu verbreiten Um Spaß zu haben Und natürlich, um mir Komplimente einzuholen, wie ich mir der badassste Irgendwie Das hört einfach nicht mehr auf Ich frage mich, wann der Moment kommt, wenn nicht mehr badass in den Kommentaren steht Das wäre echt ein trauriger Moment Ich hoffe, es passiert niemals so Fick dich, Danny Ich schreie halt noch lauter Hallo Zufrieden? Es war einmal ein Danny Der Name Drogen Nervigster Kanal 2015 Ja, ich habe ein paar Hate-Kanale mal rausgepickt Äh, Hate-Kommentar meine ich Einfach so Äh, ja Der Kanal ist schon sehr nervig Nervig? Aber badass Das gleiche ist wieder aus Oh mein Gott, warum isst du Kinder, Danny? Ja, sorry Kinder schmecken halt gut Sie sind so knusprig Außerdem sind sie so klein Dass man sie in die Bratpfanne stecken kann Braten kann Oder kann man sie in Messer und Gabel essen Richtig lecker, Kinder Müssen wir mal probieren Eigentlich kann man ja gar nicht mehr auskommen, Danny So viel verdienst du ja nicht mehr mit YouTube Und so viel ich weiß Hast du nur YouTube Machst du ab und zu Nebenjobs Oder wie verdienst du den Rest deines Geldes? Badass Eigentlich wollte ich ja sein lassen Aber die Masse zwingt mich dazu Ich saß letztens an einer Bahn Und ähm Da hab ich mich mit unserer Frau unterhalten Ähm Mit meinem Kumpel Und sie hat Also wir haben über Jobs gesprochen Und sie wollte unbedingt wissen, was ich mache Und ähm Eigentlich wollte ich ihr das nicht so sagen Weil ich dachte, sie versteht das nicht Mein Kumpel hat dann aber gesagt YouTuber Was ja eigentlich nicht der richtige Begriff für sowas ist Aber Ähm Da hat sie gesagt YouTuber Ist es sicher? Ist es gut? Und so weiter und so fort Und ich hab ihr gesagt Das, was ich hier tue Ist das Beste für mich Was ich jemals geben könnte Und Risikoreich Ist es immer Wenn ihr euch irgendwie selbstständig macht Und nicht irgendwo angestellt seid Ist es immer risikoreich Zum Beispiel Keine Leute kaufen mehr eure Produkte oder sowas Das ist immer irgendein Risiko Aber das ist Gedankt der Der Reiz dabei Einfach dieses Risiko zu haben Ich meine das ganze Leben ist ein Risiko Und ich würde jetzt nicht mehr wo hingehen Mich einstellen lassen Unglücklich sein Und dafür kein Risiko eingehen Obwohl selbst wenn man eingestellt Angestellt ist Dann ist es hier sowieso auch ein Risiko Weil wenn die Firma breite geht Muss man sich einen anderen Job suchen So ist es nun mal Und so ist das ganze Leben Man muss Risiken eingehen Und die Leute verstehen manchmal nicht Dass das was man tun sollte Wirklich das ist was man extrem liebt Und nicht das was immer sicherer ist Das macht einfach komplett keinen Sinn Weil man will ja quasi in seinem Leben glücklich sein Und ich kann es weiter davon reden Und mit dem Geld und sowas Es ist nicht so dass man von YouTube schlecht leben kann Die meisten YouTuber können sogar noch besser leben Als Leute die anders arbeiten Aber das ist gar nicht der Grund Es geht einfach darum Dass es einfach so viel Spaß macht Dass man das einfach machen will Weil ich habe hier meine Freiheit Ich kann hier zu epischen Zuschauern reden Ich sitze hier Bearbeite meine Videos Und das ist einfach etwas was Es ist mir egal wie viel ich verdiene Ob ich viel verdiene Ob ich wenig verdiene Ich liebe das einfach nur was ich hier tue Und deswegen Ich weiß nicht wieso Aber die Leute akzeptieren das nicht so Aber das ist mir eigentlich ziemlich egal Ich bin überglücklich damit was ich hier tue Nice man Ich liebe einfach deine Videos Made my day Mega unterhaltsam Und mir machen die meisten Spieler Auch mehr Spaß anzusehen Als selber zu spielen Ich habe mir The Escape is geholt Weil du es let's played hast Habe gestern Abend den letzten Knast geschafft Ist wirklich schwer Hat mega lange gedauert Aber ich mag deine Videos sehr sehr gerne Und finde sie mega unterhaltsam Du bist auch sympathisch Da ich jetzt Schon circa 6 Monate Folge Habe ich Bisher kein einziges Äh was Habe ich bisher kein einziges Video Nicht gemocht Du bist der beste YouTuber Holy shit Das ist ein epischer Kommentar Danke Es ist heftig wenn man so weiß Äh so neue Leute Die äh Das ist einfach Sowas liebe ich Zum Beispiel deswegen liebe ich Einfach das was ich hier tue Leute einfach diese Videos lieben Was Für mich so Ich weiß nicht ob das für mich erklärlich ist Aber ich finde es einfach episch Und ähm Ja Na wenn ihr an Nasa fragt Was machst du in der Freizeit Und BDS Hei hat von mich schon geantwortet Er wusste was ich sagen werde Da steht's Denny eigentlich schreibe ich keine Kommentare Aber hier muss man einfach ein BDS Kommentar Oder ein BDS Lob lassen Denn ich liebe deine Videos Ist mir egal wie viele Videos du am Tag machst Ähm mach aber bitte eins Und bei anderen YouTubern gefallen mir nur einige Projekte Aber bei dir gefällt mir alles Erstmal danke Ähm Wenn ich ein Video machen würde Dann wäre das komisch Weil Ich würde gar nicht die Let's Plays und sowas hinbekommen Ähm Es wäre komplett komisch Total ungeordnet Ich könnte irgendwie gar nicht so viel schaffen Von dem wir müssen auch beachten Es gibt so viele Spiele draußen Mit einem Video Da könnte ich nicht mal meine Annähert meine Vielfalt rauslassen Also ich denke schon bei 2 bis 3 bleiben wir am Tag Momentan sind es hier sogar 3 Hatte auch eine Blinddarm-Operation Haben mir deine Videos im Krankenhaus angeschaut Danke dafür By the way das ist auch wirklich extrem nice Wenn Leute zum Beispiel im Krankenhaus sind Und sie meine Videos schauen Ähm Das ist einfach episch Oder zum Beispiel Es ist sogar bewiesen Dass Leute Äh die zum Beispiel Videospiele lieben Im Krankenhaus waren Denen ging es total scheiße Und äh Dann haben sie Ein Internet oder sowas bekommen Keine Ahnung Haben gezockt Und äh Das hat die ganze Sache Abgelenkt So also Dass es ihnen schlecht geht Und das Ganze Und das ist auch einfach episch zu hören Glaubst du eigentlich Dass YouTube was für immer ist Und dass du Pläne für die Zukunft YouTube raushalten Also zum einen YouTube kann man immer machen Ich werde mit 40 Wahrscheinlich nicht mehr das machen Was ich momentan mache Aber vielleicht werde ich mit 40 meinen Tag filmen Aber irgendwann denke ich auch Ich bin zu alt 40, 50 Ich meine es dauert doch Ewigkeiten Äh aber Wenn es mal so sein sollte Dann werde ich irgendwas anderes machen Schätze ich mal Und mein Bruder würde den Kanal übernehmen Oder irgendwie sowas Eine aus der Familie auf jeden Fall Ähm Und Ich denke Irgendwie werde ich für immer was mit YouTube zu tun haben Ich weiß nicht wieso Und ich glaube Wenn ich alt bin Dann würde ich auch Let's Plays machen Aber eher so ruhigere Let's Plays So entspannte Let's Plays Ohne Schnitte Sowas wie Gronko Oder sowas Ich habe dein Video kommentiert Hahaha Ich habe auf den Kommentar geantwortet Oh ja Denn ich kann zu jedem Tag eine Folge Badass Wheels raushauen Falls du meinen Kommentar In meinem Video erwähnst Darfst du meinen Namen nennen Oskar Jelinski Es kommt fast jeden Tag Badass Wheels Wie lange das so bleiben wird Ich weiß nicht Aber ich liebe es einfach Eure Level zu spielen Deswegen Und es hat mir so keinen Juck ab Irgendwie Weil drei Videos am Tag Da denkt man sich Hm was lade ich denn heute hoch Und dann habe ich einmal ein Video Okay Ein Video ist Badass Wheels Das bedeutet Die anderen zwei Videos Da kann ich mir überlegen Was ich tun werde Denn wir sind jetzt Blues Brüder Ich putze meine Zähne auch Mindestens einmal die Woche Ey ich auch High Five In 3 2 1 Pssst Yeah Kommt eigentlich noch Post Ja Post kommt noch Äh ich hole sie nicht jeden Tag ab Weil ich so faul bin Äh wenn ich ein Auto habe Oh das wird so vieles einladen Oh my god Ich mache hier momentan Für meinen Führerschein Und ich bin so happy Wenn ich ein Auto habe Oh ich kann so viele machen Unglaublich So viel einfach Leider gibt es nur schlanke Frauen Mit kleinen Brüsten Oder Fette mit Speckigen Und großen Titten Das ist wirklich oft so Aber Ähm Es gibt auch sehr sehr viele Ausnahmen Ich habe schon sehr sehr viele Frauen gesehen Die eine schlanke Teile Teile hier haben Ähm Große Brüste Und einen fetten Hintern Einen Beressen Hintern Wie ich ihn nenne Ähm Deswegen Ähm Es gibt auch solche Frauen Aber die meisten Frauen trainieren Ich meine eine Frau muss schlank sein Da muss sie viele Squats machen Damit die Arsch größer wird Und von den Titten her Hat das bei Frauen oft was mit Glück zu tun Dicke Frauen haben meistens größere Titten Ähm Schlanke Frauen meistens kleinere Aber kommt schon Wer braucht bitte D B bis C ist perfekt Danny wie viele Haare hast du Eins Zwei Ah ich denke das dauert zu lange Ich muss sagen Das gefällt mir nicht Wir wollen The Escapist Das ist Das Badass Spiel Schlechsten Also ich muss sagen Wenn solche Kommentare kommen Zu irgendeinem Spiel Zum Beispiel The Escapist Oder einem anderen Game Bin ich eher abgeneigt davon The Escapist zu machen Weil ich als YouTuber Brauche sehr viel Freiheit Ich muss verschiedene Sachen tun Ähm Vor allem auf diesem Kanal Muss ich verschiedene Sachen machen können Und ähm Wenn Leute zum Beispiel nur The Escapist Zum Beispiel er zum Beispiel jetzt Nur The Escapist haben will Dann soll er einfach jeden dritten Tag schauen Weil ähm Ich kann nicht jeden Tag Immer dasselbe Spiel bringen Das würde irgendwann Das geht einfach nicht Die Leute würden das verstehen Ähm Ich liebe das Spiel zwar Aber irgendwann ist es auch Sag ich mal ausgelutscht Und jeden Tag Ähm Jeden Tag Ein Video von einem Spiel zu bringen Ist einfach Etwas was irgendwann Auf die Nerven geht Und ähm Deswegen ich brauche Sehr viel Freiheiten Und ähm Ja Ich glaube ganz ehrlich Wenn ich nur ein Spiel Bring dürfte Dann würde ich niemals Drei Videos am Tag schaffen Niemals Hi Sorry for my bad English Don't worry man It's everything alright We're here in Germany Deutschland So you know This is You can speak To Germania Okay ich war das Video Vorher das mal hier stehen Vielen Dank Was du heute schauen Wenn es euch gefallen hat Dann zeigt wie Badass Ihr seid und liked Dieses Video Schaut auf meinem Kanal Wo mehr Videos stehen Die ich bloß hier habe Und abonniert Jetzt wenn wir uns Das schon mal Ich will dich Im nächsten Video wiedersehen Dann sage ich jemanden Drei Zwei Eins Schau Was geht Leute Mein Name ist Lotte Danny Tschüss Wir kommen mal Back zu Angst Ähm Wir werden das nochmal Wiederholen Jetzt einfach mal Hier hast du den Halsang Er wurde ja zu Monsters Wisst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal